Hey, euer Doc, es ist wieder am Start und ich habe heute den JM Go Beamer mit HDMI 2.1 und bis zu 150 Zoll. Und das ist der erste Triple Color Beamer, den es so gibt. Die haben neun Patente. Es ist ein mobiler Kinosaal. Du kannst mit HDMI 2.1 Plastisch 5 Xbox Series X mit voller Geschwindigkeit spielen. Schauen wir uns an. Und die Farben sollen noch besser sein. Egal ob dunkel, egal ob hell. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir holen ihn jetzt mal raus und du kannst ihn heute gewinnen. Und wie du ihn gewinnen kannst, verrate ich dir im Laufe des Videos. Er ist nicht für jeden Geldbeutel was. In der Regel kostet er um die 2.000 Euro. Das heißt, du kriegst heute von deinem Doc einen heftigen Beamer im Wert von 2.000 Euro. Das ist krass. Als ob du eine DJI Drohne auspackst. Schau dir mal das an. Das Ding ist in einem Geeks geliefert. Das ist halt das Coole. Das Ding kannst du aufbauen, aufräumen. Mitnehmen. Boah, schau dir mal. Fange mal an. Schau dir die Verpackung an. Wir haben hier Android TV. Das ist richtig cool. Dolby Audio, Bluetooth, DTS HD. Nichts geht auch nur mal an Skalpell. Daumen hoch für diesen sauberen Schnitt. Und was versteckt sich hier in die Gebrauchsanleitung? Denn wir haben der N1 Ultra, also nur die N1 Serie, hat eine Art 360 Grad das ganze Drehen. Und natürlich auch Neigen nach oben, nach unten. Könntest du sogar auf die Decke hochstrahlen. Hast aber auch natürlich ein Stativ. Könntest du ihn auf ein Stativ umbauen. Einfach drauf und fertig. Funktioniert. Kannst du ihn sogar auch an deiner Decke positionieren. Also wenn du einen festen Ort haben möchtest, kannst du es machen. Willst du das Ding mobil dabei haben? Ja, dein Mobil. Die Fernbedienung. Dann haben wir hier das Netzteil und einen Stromkabel. Und dann kommt schon das Herzstück. Ich freue mich gleich die Playstation anzuschließen und zu zocken. Schon ein bisschen Gewicht. Dann haben wir ihn hier. Du kannst, du siehst, gerade hinstellen nach unten. Mal hohen. Komplett. Und jetzt kommt es. Lässt sich komplett um 360 Grad drehen. Du hast nämlich hier unten diesen Gummistandfuß. Und der dreht sich. Dann hast du hier Lautsprecher verbaut. Dyn Audio. Hören wir uns gleich an. Die Anschlüsse hinten. USB-Anschluss. Zweimal HDMI 2.1. I-Arc-Anschluss sogar einer davon. Und ein AUX-Anschluss. Soundbar überhaupt kein Problem. Deine Anlage gar kein Problem. Du kannst einfach alles anschließen. Und auf der anderen Seite eine Konsole. Ein Fernseher. Was auch immer. Diese neue Art. Dieses Beamers. Diese Triple Color Technologie. Du hast einen doppelt so großen Farbraum wie zum Beispiel einen LED-Beamer. Und einen dreimal so größeren Kontrast wie ein LED-Projektor. Du hast kein Blue Light. Ganz, ganz wichtig. Vor allem, wenn du abends was schauen möchtest. Ja, Blue Licht, Blaulicht technisch. Es ist schon doof, abends Fernseher zu schauen mit einer Blaulichtbrille. Der ist schon irgendwie komisch, ja. Das Ding kann kompletten Fernseher ersetzen. Testen wie sofort. Spielen. Zocken. Und hat einen automatischen Augenschutz. Vor allem für Kinder. Vor allem für Tiere. Richtig wichtig in der heutigen Zeit. Er hat einfach im Vergleich zu den anderen 15% mehr. Wir haben hier 4K und 2200 ZV-IA-Lumen. Ist wahrscheinlich eine eigene Bezeichnung. Hängt aber damit zusammen, dass sowohl die Patente als auch die Technologie, die hier drin steckt, eine eigene Technologie ist von JM Go. Wir sind jetzt hier im Test und wir haben hier ganz normal Android TV. Ich bin jetzt sehr, sehr nah am Beamer und wir hören nur, wenn wir exakt mit dem Ohr rangehen, an den Lüfter etwas. Aber wenn ich neben dran stehe, hört man nichts. Das ist ein riesengroßer Vorteil, wenn der Beamer wirklich angenehm funktioniert. Ansonsten haben wir hier den Google Play Store. Auch hier ist Netflix nicht vorinstalliert. Wie üblich bei Beamern kannst du so auch nicht direkt installieren. Nur über Umwege, durch die Playstation oder zum Beispiel über den Fire TV Stick oder andere. Aber ansonsten im Großen und Ganzen ist alles da. Und ich würde euch gerne erstmal jetzt einen Film zeigen. Und dann würde ich auch Playstation spielen bezüglich der Latenz, der Grafik, der Einstellungsmöglichkeiten. Draußen ist es bewölkt. Aber ihr seht hier die Helligkeit. Es ist sehr, sehr hell, sehr, sehr klar. Ich muss auch sagen, dass wir hier einen Projektor haben. Das ist das erste Mal, dass ich einen Projektor habe mit so einer heftigen Helligkeit. Jetzt können wir natürlich auch weiter wegschieben. Und das Bild wird natürlich größer. Er passt sich auch automatisch an. Aber ich habe auch die Möglichkeit, näher direkt an die Wand zu kommen. Er reagiert auf einen Blendschutz. Aber ihr seht hier jetzt, je näher der Beamer an der Wand ist, desto heller scheint sogar das Bild. Das heißt, für so kleine Bereiche hast du riesengroße Helligkeit. Er ist detailklar, wirklich sehr hochauflösend. Und das Ding kann ein Fernseher definitiv ersetzen. Ich gehe hinter. Er passt direkt an. Ich kann nach unten gehen. Ich kann nach oben gehen. Und ihr seht, fast nahezu zeitlos passt er alles an. Die Korrektur funktioniert hier ohne Einschränkungen. Aber er geht auch direkt an die Decke. Wir ziehen mal raus an der Decke. Ohne irgendwelche Einschränkungen. Funktioniert und haben hier natürlich jeder die Möglichkeit, durch diesen Standfuß wir halt einfach fast zeitgleich uns das Bild nachkorrigiert und anpasst. Auf jeden Fall ein sehr, sehr heller Beamer. Selbst wenn wir jetzt die Wand bestrahlen, ihr müsst euch mal vorstellen, wir sind hier an einer weißen Wand. Wir haben jetzt keine Beamerleinwand. Und ich mache das Licht komplett im Raum an. Und wir haben trotzdem die Möglichkeit, hier weiter zu schauen. Natürlich nicht zu vergleichen in einem dunklen Raum. Aber ihr seht, selbst wenn der Raum komplett hell ist, ist es auf jeden Fall eine coole, coole Geschichte. Das ist mein erster Eindruck. Finde ich richtig cool. Das Ding lief jetzt auch eine Weile. Und wir hören, die Lüfter der Playstation fangen an zu arbeiten. Und der Beamer bleibt weiterhin leiser. Dann machen wir direkt mal den Soundtest. Jetzt hat er auf Full HD umgeschaltet. Die Frage ist, wieso VRR nicht unterstützt. HDR wird unterstützt. Bis 120 Hertz. HDR unterstützt. VRR. Auch hier haben wir die Möglichkeit, das Ganze zu nutzen. Ich weiß nicht, wieso er Spiderman auf Full HD macht. Dennoch machen wir jetzt mal den Sound an und testen. Das ist wirklich der einzige Punkt, mit der Auflösung eine Einstellungssache. Höchstwahrscheinlich, weil der Support ist ja da. Und wir können ohne Einschränkungen spielen. Das Bild schaut wunderschön aus. Natürlich, leichte, ganz leichte Wahrnehmung ist vorhanden, weil einfach die Wand, ich will behaupten, dass es liegt an der Wand. Wenn wir hier nochmal eine Leinwand hätten, würde das Ganze nochmal besser und klarer ausschauen. und zur Latenz switchen wir jetzt nochmal hierher, ist im Vergleich zu anderen, wie man definitiv was habe ich auf dem Fernsehspiel. Wenn, dann ist das so minimal, dass man kaum einen Unterschied merkt. Je nachdem, was für ein Fernsehgerät du hast. Aber unterscheidet sich sicherlich nicht von 80, 90 Prozent der Fernsehgeräte draußen. Sicherlich, wenn es nochmal einen Gaming-Modus gibt bei den Fernsehgeräten, da holt er nochmal einiges raus. Genauso wie der VRR-Modus. Aber ich sage dir eins, wenn du jetzt nicht gerade ein ESL-Spieler bist, wirst du die Latenz nicht wahrnehmen. Also COD definitiv. Okay, ganz ehrlich, merkst du im Fernseher nichts. Sound ist gut. Ich sage dir eins, ohne Probleme. Easy. Also normalerweise empfehle ich Beamer nicht für so COD-Spieler. Aber durch das HDMI 2.1 ist das alles hier kein Problem. Jetzt muss man halt nur noch Skill haben. Kommen wir zum Fazit. Also der Beamer gehört definitiv mit zu den besten Beamern, die es so gibt. Preis ist natürlich wirklich, also du müsstest dich entscheiden, kaufst du einen Fernseher oder nicht. Dennoch, wenn du ein bisschen mobil sein möchtest, eine größere Leinwand haben, möchtest vielleicht ein extra Projektorzimmer besitzen, eine Leinwand besitzt, zocken möchtest, filmschauen möchtest, ist das definitiv eine klare Empfehlung. Du ihn gewinnen, was ist dafür zu tun? Schreib jetzt in die Kommentare, für was würdest du den Beamer benutzen und warum. Dann geh bei mir auf Instagram, auf DrUnboxKing und auf meinen privaten Account Dog auf Detoxing. Beides verlinke ich dir in der Beschreibung. Da wirst du ein Video finden, jeweils auf deinem als auf dem anderen Account und dort schreibst du auch mir, für was du den Beamer gerne nutzen möchtest. Lass ein Follow da, lass Liebe da auf beiden Accounts und dann werde ich einen Gewinner ziehen. Ich habe meine Meinung, wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Dog.